Da, ja, wir haben so... Ähm... Wann kippen wir mal? Wann kippen wir mal? Wann warte? Wann warte? Ich bin da sicher. Dann muss ich... Dann gehe ich da einsteigern. Ich bin da sicher. Ich bin da sicher. Ich bin da sicher. Ich bin da sicher. Damn. Oh, das ist cool. Da fehlt. Da fehlt. Ihr seid so schlecht. Damn. Auch wieder kannst du das Ganze reinfahren. Ach du doch. Okay. Das war schon. So. Das ist ein Laufheim. 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 Ganz normal. Ähm. Das war ja ein komischer Gegner. Bäm, bäm und totwacher. Interessant. Das ist ein Laufheim. Und dann werden wir zu dir. Oder machen dich fertig. Ähm. Ob ich es empfehlen würde? Bis jetzt bin ich noch am Anfang. Ähm. Schwer zu sagen. Also ein Kollege hat es mir empfohlen und mir macht es jetzt Spaß. Es hat eine Art Diablo, bloß wie Runden basiert, würde ich sagen. Zumute als Vergleich. Was ich auch alles weiß, meine Güte. Nee. Ich hoffe, ich fühle es los. Guten Abend. Riesenschwert. Eine Kapuze. So. Dann gehen wir mal weiter. Wir sind hier wohl durch. Empfehlen. Naja, es hat eine PC-Version. Okay, ich bin in die magische Teile gekommen. Ach, von dort komme ich. Ah, okay. Ich habe mich gerade in den Ausdruck gelaufen. Interessant. Was ist das denn hier? Eissplitter. Verschießt einen unterkühlen Eissplitter. Okay. Was ist so heule, ey. Also. Was. Okay. Also. Warte mal. Okay. Meinst du, das ist auch was für Mädchen? Also für Mädchen definitiv. Klar, warum nicht? Ich meine, das ist kein anstrengendes Spiel. Es ist ein ruhiges, chilliges Spiel. Man muss halt nur Köpfchen brauchen, weil es anscheinend sehr viel mit Strategie zu tun hat. Also wie man die Kämpfe angeht und alles drum und dran. Und ich spiele auf PS4, weil ich bin nur auf PS4 unterwegs mit meinem Stream. Reiner PS4. So. Was haben wir denn hier? Noch eine Kappe. Okay, würde ich sagen, dann durche ich mich nochmal aufwerten. Ups. Ausrüsten. Kopfbedeckung. Hab ich noch was? Ach so, ja. Sind sie krank? Wir haben doch aneben schon gesagt, dass ich erkältet bin. Warum? Keine Ahnung. Das kannst du nicht bringen. So, ausrüsten. Gehen wir mal die auch mal. Ne, das geht nicht. Ich bin da kaputt, hab ich aber ein bisschen mehr. So. Ne, das lohnt sich nicht. Da ist noch eine Muschel, Muschel, Muschel. Eine Mo, 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 Mo. So. Nix drin. Nix drin. Ne. So. Dann schauen wir mal auf. Okay. Es scheinen stockbesoffen zu sein, die Tüten. Ja. Und der her. Aber jetzt kriege ich einen Anruf. Warum auch immer. Nein. Anruf. Keine Zeit. So. So. Ja, wenn du willst, ähm, man kann das auch im Koop spielen, Splitscreen und online. Also, wenn du jemanden noch haben solltest, der das Spiel auch hat, könnt ihr dann auch zu zweit zusammen spielen, dieses Spiel. Kannst auch gerne mich fragen. Nein. Scheiß. So, wer seid hier? Ich hab hier nur das Angebot gemacht, der netten Dame hier, ne? Also, komm. Also, im Spielangebot, ne? Hahaha. Hahaha. Okay. hier ist halt also gefreier ein feiner Ausdruck für einen Wachhund genau das tun wir eh Kehle Springe wie Wandersfeinheiten und Funkeln sonst wäre es schwer weiter hier ist zum Entschuldigung eine verschlange Hund zu berühren zu kastrieren Geld her, Eier ab, Mutter lecky und so ja klar ich bin ich weiß ja nicht wer es von dir noch hat von deiner Freundesliste so anscheinend hatte hier schon ein kleines Umdruck was ja klar sicher schon mal eine Wache gehalten was schon mal Wache gehalten achso manchmal wenn du liest und du liest es einfach so wie es da steht dann denkst du okay dieses Wort ist auch eigentlich bekannt aber dann musst du voll umdenken und dann denkst du das hat es macht keinen Sinn ach manchmal so ein Fehler so ein Tick so ja so wie im Stream mein Stream ist mein PSN also wie bei Twitch ich komm schon wieder auf Stream auf Twitch da ja The Twitch name is my name so ok weiter wisst ihr was sie trinken euch weil es zu bla 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 so so Adler entscheidende kämpfen oder mitgehen also es sind zwei betrunkene vor mir kämpfen ist interessanter ach ach ok ich brauche keine Eskorte und erster ist keine so lasst mich in Ruhe und kämpft gegen mich ach der Zauberer es ging gut der Zauberer sagt ja irgendwie das wird auf geht's vor allem du willst sagen du sagst du willst du kämpfen worum geht's denn worum geht's denn ich soll in die Stadt eigentlich ne aber hier sind jetzt zwei Betrunkene die äh mir nicht glauben dass ich ein Quellbefreier bin ne und ja und die wollen mich zum Zauberer bringen und da soll ich alles ausgequetscht werden bekommen so oder ich gehe jetzt einfach durch und in die Stadt so aber wenn ich durchgehe werde ich auf jeden Fall kämpfen müssen anscheinend wie das aussieht ich kann ja das auch nicht gehen oder geh halt nicht mal nicht so ok ein Bestand ein Zauberer muss mehr darüber wissen was hier vor sich geht gut kurz vor der Stadt ich kann noch ein paar Fragen stellen das ist mal zu viel kein Kampf schade ja wenn ihr euch beschweren wollt dann geht zu Adler der hat gesagt nein ich hab erst gesagt ja hättest du mich nicht so lange warten gelassen dann hättest du ja heute gekämpft ja ich heut nur noch lesen mussten wobei wenn du mich dann auch noch fragst ja dann bist du selber schuld wenn du selber gekämpft wenn du selber gekämpft hast gerne hättest dann hättest du da 5 Zollen wenn ich das jetzt noch fragst dann bist du selber schuld wenn du jetzt nicht gekämpft hast ja scheiße so ne Sau sei er stoppt ich spiel alleine full funky fresh full funky fresh so ich spiel alleine Adlerfahrer spielt was anderes er spielt Blackside ne Planetside so oder lege ich richtig er hat zwei sprüche nicht mehr gebracht nein ich spiel Camster 2 ja genau diesmal nehme ich kein Wasser fassen mit das ist mir viel zu schwer wie denn ich kein Wasser fassen mit wie denn ich kein Wasser fassen mit Wanker Brokumen so Prozent das Vortrag es bleibt man und zur Frage noch ein Flüchtling da Ich kann nicht weh, das kommt da angefahren Kampf Okay Eieieieiei Ja, da kommt wenigstens einer hoch, das ist doch mal nett Du hast die Frage schon gestellt, warum ich zwei Frauen spiele? Ja, ich habe teilweise beantwortet, aber ich habe nicht erklärt, warum ich Du hast nur gesagt, dass du alleine spielst und nicht die zweite Ja, genau, und ich habe auch nicht beantwortet, warum ich zwei Frauen spiele Warum überhaupt Frauen und keine Männer? Ja, das ist eine gute Frage Warum? Das geht nicht, das ist zu weit Das ist nur zu riskant Deswegen renne ich dran vorbei Oh ne, ich lauf hier hin und klack zu Ben Verdiere einen kurzen Weg, alle Punkte verbraucht Ey, das sind aber noch ein Plattier Geht ja gar nicht Blöd mal Ach nein Das ist blöd, was ich gemacht habe. Was ist denn aufstehen hier? Bäm, au! Oh, das ist nicht gut. Ähm... Thunderstorm! Und nicht allein hier stehen lassen? Nein, 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 ein Bruch! Ah, Mensch. Auf, kann treiben. Was heißt jetzt? Ich bin auf jeden Fall mal sicher von dem Ort. Ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall. Wo ist das? Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall.